So, da sind wir wieder. Ich war so ein Trottel. Nach den 10 Minuten, ich habe ja nach diesem einen Gespräch, habe ich ja da Pause gedrückt wieder. Beziehungsweise gemutet und vergessen, die da umzuschalten, weil ich es nicht gesehen habe. Weil die Leiste von OBS immer noch weiter geht. Und ich habe dann gesagt, dass ich eben kurz auf Toilette gehen muss, aber dringend. Sonst hätte ich das hier nebenbei weitermachen können. Und ich jetzt ca. 5 Minuten ohne Stimme habe. Aber nicht so schlimm ist. Das können wir ja noch alles nachholen. Ich hänge das jetzt so ein bisschen noch dran. Ich muss ja schnell jetzt rein, ne? Oder ich mache es so. Moment. Was ist denn, Sie verflucht? Da aufrufen, oder raten Sie mit einem Spaß? Ah. Sondern es ist der hier, der ist richtig nervig. Der ist stark. Stark und nervig. Glück gehabt. So, ich muss es mal eben looten. Wir sind jetzt auch, meine ich, kurz auch vorm Ende. Dann hätten wir es eigentlich schon fast geschafft. Dann muss ich halt noch gucken. Wie wir es halt später alles machen. Gut, wenn ihr das jetzt seht, dann ist es sowieso... äh, fast kurz vorm allem Ende von Assassin's Creed Unity. Und abgesehen. Und, ähm, dann macht es auch nicht mehr den großen Unterschied. Wo muss ich denn eigentlich hin? Naja, runter sowieso nicht. Und dann durch irgendein Treppenhaus oder so. Zwei. Zwei. Nur mal versuchen. Oh. Und das, da ist, bam. Knick-Tack. Okay. Okay. Ich habe zwei Schlösser. Oder drei. Ne, nur zwei. Ne, nur zwei. Okay. Wir machen mal das erste drüber. Schauen wir mal. Also hier geht es definitiv nicht weiter. Ne. Das eine Ding ging ja auch nicht weiter. Das heißt, ich müsste aus dem Fenster raus. Ah. Da. Wieder hoch. Ne, das wäre blöd. Runter könnte ich... Oder ich könnte hier... Oh. Da, 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 dann. Ne. Sicherlich nicht. Schauen wir an der Seite. Ah, lieber. Ich will jetzt als letztes... Oh, mein Gott. Andere Wand, andere Wand, andere Wand, andere Wand. Oh, mein Gott. Okay. Kenn ich nicht, aber... Wird wohl richtig sein. Was ist das? LOL. Äh, das Templer-Schwert. Was verdammt war das? Der verlorene Assassine kehrt also zurück. Damit rechnete ich schon seit lat... Der direkte Angriff von einem Assass... Was ist das? Was sind das? Was ist das? W***... Was ist das? W***... Sollte funktionieren. Hoffe ich mal. Runter geht immer schneller. Ich bräuchte am besten vorher noch einen. Ich hab dich. Nur da. Ah da kommt auch keiner. Okay. Eigentlich müsste das Stroh brennen. Okay. 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 Das hat St-Pierre halt gemacht. Ist da irgendjemand? Für die Waren, Mario! Wo ist denn da? Da sind die. Da ist der Eingang, okay. Das? Ach, da drinnen noch. Verdammter Mist. Oh, ich muss dringend einkaufen. Ich kenne die anders. Obwohl, warte mal. Ich glaub, der ist näher. Weil... Ah, ab, noch drei Stück komm ich nicht mit raus. Macht er. Ich suche nicht, mich in das Licht zu rühren. Verdammter Verräter! Ich freu mich drauf, dir die Eingeweide rauszuweisen. Ab! Was zum Teuchen! Scheiße! Oh! 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 Gut, dass ich Vorräte jetzt einkaufen gehe. Ja, voll machen. Brauchen wir definitiv alles. Alles, was geht, jetzt voll machen. Medizin. Sowieso. Nichts auszuschließen, wenn ich keine Medizin mehr habe. Hm, das habe ich alles. Punkte habe ich noch zum Vergeben. Fernkampf. Achter. Zweier, Achter. Mich hier. Nee. Einhand. Wenn wir schon dabei sind. Ah, Migretten. Ist einer online? Ah, okay.